So, und dann sind wir schon in der nächsten Folge angekommen. Willkommen zurück. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir unseren Königstigern Gutes tun können. Unsere Königstiger, wir haben Hunger. Mir geht's nicht gut. Handelszentrum. Was ist los mit denen? So, da haben wir unseren Lakshai. Den müssen wir jetzt. Lakshai ist ein Männle. Was das Problem ist. Wir brauchen eigentlich ein Weible wieder als Zucht. Das ist das Problem. Wenn wir jetzt gucken. Sieht's hier jetzt eigentlich aus. Ist das jetzt ein gescheites Ding oder ist da immer noch vergammeltes Scheiße? Na ja, das ist immer noch vergammeltes Zeug. Das ist halt ein Misch. Das ist halt ein Misch. Geh weg, du hässliche Pflanze. Bewege mal dich weg. Geh mal nicht auf den Zeug. Das gibt's doch nicht. Braucht den komische Kürbis da weg. Dann krieg ich... Dann komm ich jetzt an den Dabbelchen Kürbis ran. Jetzt hab ich da für meine Tiger Kürbis noch geguckt. Und dann... Bringt gar nix. Ist doch ein Scheiß. Soja, ich muss jetzt auf jeden Fall mir die Tiger angucken. Tiger Zuchtprogramm. Ich brauch dringend ein Weible. Ein Männle und Weible kann man zusammen einsperren, aber... Soja. Aber man sieht jetzt nicht... Aktueller Partner sieht man nix. Kommt der hässliche Tierpfleger jetzt endlich mal bei, oder...? Was gibt's da nix? Soja. Was gibt's da nix? Oh geil. Ist ja zu dumm, das Ding zu füllen, oder...? Was schafft n' der? Versteh's net. Was ist denn so ein Problem? Und was macht der? Was macht der eigentlich? Untätig? Ich könnte eine... Ich könnte eine Pause gebrauchen. Boah... Ist ja gestorben. Ach man das gibt's doch net. so ein scheiß ist das ein Drecks Tierpfleger ganz ehrlich was ist das warum können die hier überhaupt laufen warum arbeitet er nicht so ein scheiß Dinger soll es mal Gas geben oder Hanna was macht denn der oder brauche ich dieses brauche ich den Mitarbeiterraum muss der da angeschlossen sein an das Ding kann das sein dass ich die gar nicht einzelstehend haben darf das ist möglich ich muss es muss es ist das ist ist ich ist ich weiß ich kann ich Ich weiß das nicht. Mitarbeiterweg. So ein Scheiße. So ein Klumbo. Warum macht er das jetzt nicht? Das war Fail. Ach, blöds Ding. So ein Klumbo. Jetzt soll das eigentlich funktionieren. Das nächste Ding verletzt. Da kriegst du doch Zustände. Ja. Ein Königstiger verhungert. Ein Prestigeobjekt. Ach Mann, ist das hässlich. Und mein Lakshai stört auch gleich. Es ist zum Kotze. Einfach nur zum Kotze. Ich weiß nicht, was die hässlichen Tierpfleger machen. Ich mache gar nichts. Ich mache gar nichts. Dumme Viecher. Ach Mann. Tierpflegerhütte klein. 49 Meter. Hä? Hä? Ich habe es doch zu gewesen. Keinem Arbeitsbereich in diesem Gehege wurden Tierpfleger zu gewesen. Ja. Ich nehme mich jetzt. Ich nehme mich jetzt vor Kack-Eiern. Arbeitsbereiche. Null Gehege, null Gebäude, null Mitarbeitergebäude. Hä? Hä? Gehege 25. Königstiger und Straußen. So. Tierpflegerhütte klein. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Draußen müssen wir dann natürlich auch mitnehmen. Dann nehmen wir die Tierpflegerhütte klein. Noch eine Tierpflegerhütte klein. Noch eine Tierpflegerhütte klein. Noch eine Tierpflegerhütte klein. Und noch eine Tierpflegerhütte klein. Dann brauchen wir die dahinter nicht. Königstiger und Straußen. Königstiger und Straußen. Sie müssen hier auch noch eine Tierpflegerhütte ändern. Sie müssen da ja auch noch Übergang geben. Genau, dann sind es jetzt die Königstiger, da haben wir die drei Gehege dabei, Strauße haben wir dabei, Gehege 25 und Gehege 28. Jetzt gucken wir nochmal, ob das so passt, 0 Gehege, 0 Gebäude, 0 Mitarbeitergebäude, ja, ich habe das, ich habe gefehlt, klar habe ich gefehlt, dann ist auch kein Wunder, warum ich hier nichts zu essen habe für die Gehege, 0 Gebäude, 0 Mitarbeitergebäude, dann kann wir das löschen, Arbeitsbereich, so, Vivarian und Cutter müssen wir natürlich genau anpassen, und da ist mein Crash wieder. Also, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge.